ja leute herzlich willkommen zum neuen video jetzt lassen wir es mal richtig scheppern die schwester pyro von nico gegen die doktor pyro also quasi david gegen goliath viel spaß mit diesem tollen vergleich anfang tun wir jetzt mit der schwester pyro und gleich danach der große bruder die doktor pyro so 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 jetzt noch mal ein fazit dazu also wie gesagt david gegen goliath aber die kleine schwester pyro hat sich gut geschlagen wirklich eine tolle batterie doktor pyro natürlich um einiges heftiger ihr habt ja gesehen wirklich mega aber beide sind nicht kaufen empfehlung